Hallo, hallo, hallo! Heute wieder zu einer neuen Folge von Schoki Quiz Duell. Wir spielen heute wieder um ein Buch Kreisliga-Legende, das jetzt hier eingeblendet wird. Ich habe es gerade nicht zur Hand. Kreisliga-Legende für meinen Gegner, falls der gewinnen sollte. Und falls der nicht gewinnen sollte, wird das unter allen kommentierenden YouTubern, die auch unsere Abonnenten sind, verlost. Aber jetzt muss erst mal Franck Ribéry, der eigentlich mit CK geschrieben wird im normalen Leben, glaube ich, gegen den wird jetzt gespielt. Ich spiele jetzt gegen Franck Ribéry in der Kategorie Rund um die Welt. Und in welchem Ozean liegt die Osterinsel? Im Pazifischen Ozean? Ha! Ja, habe ich natürlich gewusst. Ist ja klar. Welcher Kontinent bezeichnet seine Ureinwohner als Aborigines? Das ist Ozeanien. Asien nicht, Amerika nicht. Das sind doch die Aborigines in Australien. Ozeanien, genau. Und die dritte Frage. Der Hell's Canyon ist mit einer Tiefe von ca. 2400 Metern die tiefste von einem Fluss geschaffene Schlucht der USA. In welchem Bundesland? Hell's Canyon? Oh. Colorado. Kansas, Oregon, South Dakota. Colorado. Oh, Oregon. Na ja. Macht nix. Jetzt muss erst mal Franck Ribéry das auch hinkriegen. Ich bin mal gespannt. Und dann melde ich mich gleich wieder mit der nächsten Runde. Wir spielen jetzt die zweite Runde gegen Franck Ribéry. Die zweite Runde geht um die Kategorie Kinofilme. Kinofilme finde ich eigentlich ganz gut, die Kategorie. Und die Frage lautet, wer spielte die Hauptrolle in der Buchverfilmung Vollidiot in 2007? Das ist Oliver Pocher, Mario Barth nicht, Til Schweiger nicht, Matthias Schweighöfer nicht. Oliver Pocher, jawohl. So, die nächste Frage. Welcher der ehemaligen Basketball-Profi steckt hinter dem Oscar-prämierten Animations-Kurzfilm Dear Basketball? Erst mal lesen können. Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Kobe Bryant ist es, glaube ich. Michael Johnson ist es nicht. Michael Jordan ist es nicht. Der hat bei diesem Jam mitgespielt. Magic Johnson hat keinen Film. Und Kobe Bryant, okay, alles klar, super. Welchen Sport betreibt Paul Newman als Eddie Felsen im Film Haie der Großstadt? 1961, das ist Billiard. Rennfahren nicht, Golf nicht. Tontauben schießen, was ist das für ein Käse? Billiard, jawohl, genau. Drei Richtige. Es steht 5 zu 5 gegen Frank Ribéry. Ich spiele die dritte Runde. Und die dritte Runde kann ich wählen. Na, kommt es? Was ist los? Muss ich auch was tun hier? Bei mir hat sich was aufgehängt. Frank Ribéry, hallo? Die dritte Runde. Ah, hier ist es. Wunde der Technik nehme ich. Und dann nehme ich, welcher PC-Virus, der auch Space Filler genannt wurde, erschien im Jahr 1998 und überschrieb alle Daten auf der Festplatte. I love you. Das einzige, das ich kenne. I love you. 98 passt, glaube ich, zeitlich. Oh, C-I-H. Ah, noch nie gehört. Wer erhielt im Jahr 1901 den ersten Physik-Nobelpreis? Pierre Curie, Aurie, Bichquerel, Wilhelm Röntgen, Albert Einstein. 1901. Albert Einstein ist, glaube ich, später. Wilhelm Röntgen? Ja. Welches iPhone gab, gibt es nicht? Boah, mit iPhones kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe kein iPhone. 3S, 5S, 5C, 4S. Die heißen alle mit. 5C. 3S gibt es nicht. Was weiß denn ich? Okay. Die Runde. Habe ich wohl ein bisschen gelust. Nur eine Richter. Es steht 6 zu 5. Und Frank Ribéry ist dran. Runde 4 gegen Frank Ribéry. Ich spiele in der Kategorie Glaube und Religion. Kann gut gehen. Wie nennt man ein Kapitel des Koran, der Heiligen Schrift des Islams? Das ist eine Sure. Dat weh sich doch. Evangelium Käse. Wer ist der, die Schutzpatronin der Bergleute? Stefan. Glaube ich. Oh. Die Barbara. Gut. Welcher der folgenden ist kein Prophet im Islam? Moses, Jesus, Abraham, Buddha ist kein Prophet im Islam. Jawohl. Abraham. Frank Ribéryry hat Bob keine Ahnung. Da war so ein Glück. Es steht 8 zu 6 für mich. Ich führe und spiele die nächste Runde, die fünfte und die nächste fünfte Runde ist die Kategorie Medienunterhaltung. Da sind wir doch richtig. Was sagte Ilja Richter in der ZDF Musiksendung Disco regelmäßig? Licht aus! Spot on! Auf welcher Insel wurde Freddie, Krüger doch nicht, Freddie Mercury, der Sänger von Queen, geboren? Der ist auf Sansibar geboren. Da brauche ich die anderen gar nicht zu lesen. Sehr gut. Und welchen Beruf erlernte der Schweizer Popmusiker DJ Bobo? Der ist Konditor, habe ich gehört. Gärtner? Nee, Metzger? Nee, Elektriker? Nee, der ist Konditor gewesen. Ja! Super! So, wie viel steht's? Es steht 11 zu 6. Und Frank Ribéry muss noch 6 Fragen beantworten. Das wird eng für Frank. Ich spiele die letzte Runde gegen Frank Ribéry. Kategorie ist Musik und Hits. Und es steht 11 zu 8. Das heißt, ich muss nur eins richtig machen und dann habe ich schon gewonnen. Bedeutet, wie heißt Abas letztes Studioalbum aus dem Jahr 1981? Volevu? Nee. Super Trooper ist ein Lied. Aber das ist kein The Visitors oder The Album. The Visitors oder The Album? The Visitors. Klar. Ja. Welche dieser Hits der Rolling Stones waren nie in Deutschland auf Platz 1 der Single Charts? Let's Spend the Night Together, kenn ich nicht. Jumping Jack Flash, kenn ich. Satisfaction, We Love You. We Love You, kenn ich nicht. Und Let's Spend the Night Together, kenn ich nicht. We Love You. We Love You. Jawoll. Und wie heißt ein One-Hit-Wonder, der Band The Connells? Season in the Sun, 74, 75. Spirit in the Sky, in the Year. Boah. 74, 75. Sagt mein Gehirn. Ja. Sehr gut. Bravo. Das heißt, 14 zu 8 gegen Franck Ribéry. Ja, das ist doch mal ein schönes Ergebnis. Das heißt, das Buch geht nicht an Franck Ribéry, sondern an die Community. Jeder, der jetzt einen Kommentar reinschreibt von unseren Abonnenten, muss natürlich Abonnent sein, ist klar. Nur die Abonnenten von Shoki Benoki können hier mitmachen. Der schreibt einen Kommentar hier rein und dann verlosen wir das Buch unter den Kommentatoren. Sagt man so? Wie auch immer. Ich sag Cheerio mit Sophie, bis zur nächsten Partie Shoki Quiz-Duell.